Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der BG Farm mit dem Hago, Boxfresh, Dominik, Florian, mit dem Paul, Simon, Sivus und dem Sven. Hallo. Hallo. Aber Walter ist zwar da, aber er ist noch nicht da. Nein da. Da aber nicht. Ganz da. Da aber noch nicht ganz da. Also von der Sprache her ja, nein nicht. Aber bald. 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 Simon? Ja. Du kannst, wenn du möchtest, am Hof Silage in die Futtermischerlage einfüllen, bitte. Traktör ist vor Ort. Ah, gefunden. Wunderbar. So, das heißt, Team Kinderriegel haben wir heute den Paul, den Simon und meinen einer, richtig? Die, sieht danach aus. Boah, diese Teamarbeit Hago, ne? Unglaublich. Na ja, wir sind schon gut. Ja, ich weiß. Ach, was macht ihr denn? Dem Schwein, ne? Wir müssen aber ein bisschen leise sein. Ja, Leo ist krank, der schläft hier oben. Oh. Ach so. Habt ihr ihn mit Tabletten vollgepumpt oder was? Hauptsache, du kommst mit deiner Kettensäge an. Meinst du, wachst du dich wach? Ne, du hast uns ne E-Säge, die hörst du nicht. Ja, mit Akkusäge. Mit Akku, ja, ja. Akkusäge hat er, zwei Minuten leer. Den Baum siehst du denn? Hast du den schon mal angesägt, wenn der doch durchgeht? Hm? Ja, da war keiner. Kein Garten. Dampfgesäge. Und hopp. Jawoll. Ja, deswegen hat er den Baum ja schon mal angesägt. Macht ihr denn da und hopp? Ja, Teamarbeit. Keinste ich, ne? Ich glaub, die sind wieder an Bäume fällen. Ich glaub, die gehen gleich in die Güldigrube schwimmen, ey. Weißt du, und hopp und drinnen, weißt du? Das waren die heute Morgen schon. Ekelhaft, so war's doch. Halt richtige Schweine, dann kann man nichts machen. Ja, ja. Am besten noch mit Maden zusammen. Man muss eins werden mit dem Schwein. Ich weiß auch. Hör einfach auf mit dem Kack. Gibt's zu einer Maden-Geschichte, gibt's da was zu sagen? Nein, nein, nein. Am besten schick dir Werner das, dann weiß er auch Bescheid. Ich würde gerne Bescheid wissen. Nein, Werner, das willst du nicht. Schick mir mal jemand ein Foto, bitte. Nein. Das ist kein ganzes Video. Ist das Video? Ja, mach das mal, dann mach ich das vor das Video rein, komm. Werner, Werner. Dann lässt er mir keine andere Wahl. Dann hast du so ungefähr 60.000 Abonnenten weniger. Ja, ist kein Problem. Nach dem Video also. Also, zeig mir's so, da hast du keinen YouTube-Kanal, aber... Mäh, wahrscheinlich. Das auch. Was weiß ich noch. Das ist Tensien, oder ist das? Boah, ja. Das ist... Boah. Also, es kommt von Ritchie. Warte mal, da hat's grad vibriert im Handy, warte mal. Bist du gerade am Essen, Werner? Nein, ich hab gut gegessen heute. Oh, sehr schön. Boah, das kann vielleicht wieder hochsteigen. Das ist wieder raus. Warte mal, ich müde mich mal ganz kurz, bevor's geklappt wird. Egal. Ich glaub, das war alles, ne? Vorne ist auch noch ein Busch, glaub ich. Das kann man nicht zeigen, Jungs. Das kann man nicht zeigen. Das kann man nicht zeigen. Schweizer, aber es war ne gute Aktion. Das ist Florian, das überhaupt tatsächlich. Mach mich das jetzt fest, warte mal. Ja, sag Schweizer. Kommst du da wieder raus? Hast du das bekommen, oder hast du das selber aufgenommen, Florian? Nee, aufgenommen. Das kommt von Schweizer, wo er das her hat, weiß ich nicht. Ach so. Hat er zu Hause aufgenommen. Komm, bring ihn mal weg. Komm mit. War bei Opa in der Hose. Guck mal dahin. Hier oben an Kurve seh ich schon. Ja, scht. Alter, was ist der hier gemacht? Aber schockt euch sowas? Ja. Ich nicht, also ich esse trotzdem weiter. Ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt auch ein Schnitzel daneben essen, gar kein Problem. Argo hatte Hunger auf dem Aden, als er das gesehen hat. Ich weiß, was ist hier denn los? In anderen Ländern ist das eine Delikatesse. Ey, du. Das ist echt cheap, echt gut. Bist du den nicht rausgezogen mit dem Trecker? Ja, wir gehen da an Arbeitsbreite, Dotto. Was? Ey, wir haben kein Auto dabei heute. Was machst du? Du kannst erst die Äste vielleicht abschneiden und dann probieren. Weiß da, nimm du die rechte Seite bitte. Übis, rechts. Der kommt so lange nicht wieder, bis die Bäume hier weg sind, weißt du das auch? Rechts von mir, Schweizer, ne? Ne, ich nehme ein, diese Seite. Ich fladere denn noch umgesicht. Ich bin ganz hoch, fliegt voll. Aber das waren nur zwei, drei Minuten, ne? Danach, äh. Musst du mit Sven abmachen, ne? Mach dir die Seite, ich mach die Seite hier. Hier, LU-Typ? Ja. Du kannst schon mal jemanden auf die Zwölf schicken mit Dünger und, äh, Gruber. Ah, ja, Walter ist gleich da. Walter kommt gleich. Ja, komm ich auch nicht. Ruckel, ruckel. Boi. Walter ist gleich da. Was, Dünger und? Ach du Scheiße. Ja, Düngerkosten muss man auch bezahlen lassen. Was? 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 Du hast die Preisliste auf. Äh, haben wir mit dem Preis drin zu düngen? Wie Kunst wahrscheinlich. Ja. Ja. Boah, ich sehe. Soll ich da abschneiden, die Äste? Ja, muss alles ab. Geht nicht, komm ich nicht ran. Äh, was will? Also, Grubbern, wenn, wenn dann Grubbern auch oder flügen. Äh, schon, weiß ich nicht, glaube ich, flügen. Glaube, aber ich. Düngen, düngen, tausend und zwei und fünf Sekunden. Ne, flügen ist nicht nötig. Ne, nur Grubbern. Also, 2632 und 1052. Okay, habt ihr eine Grubbern-Direktsaart-Dingens? Nein. Eine Sämmaschine-Direktsaart? Ja. Äh, ist hier gerade ein Schweizer. Ist da, ne? Die Sämmaschine, die du hinter hast. Ja. Ist direkt. Ja, dann brauche ich ja nur einmal was zahlen, ne? Richtig? Du musst nur das Sämmenzahn. Wunderbar. 3155. Dann schick den mal vorbei. Ja, Sämmsojaboot, ne? Ja. Ähm, welchen Kurs hast du, Sibus? Ich speichere ihn dir auf die... Werner, die kommen gleich zu zweit dahinter. Bin. Ja, ja, ich bin noch am ernten, aber lass dich schon mal anfangen. Wir waren ebenfalls 8 fertig, oder? Ja, ja. Achso, das Kleine. Ja, ja. Nikola, wie hast du? Wir sind zu dritt hier. Komm, das Kleine, wo Dominik bejahrende gebrochen hat. Ja, ich war ja auch kein anderer da. Ich gab's zu dritt. Oh, habt ihr echt den 8-20er vor die Horschule? Okay. Ja, klar, aber es wäre ein Vollgas. Nicht Spaß. Wir haben auch leider nicht den Stärken. Solche Amorteure, ne? Nee, 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 nee. Komm. Der schneidet sich aus. Ich sag ja Azubi. Der versteht das auch nicht. Ich wäre schon froh über eine größere Schaufel. Das hab ich mir gedacht, dass das jetzt kommt, Simon. Die sind immer noch zu schwer, die Stücke. Obwohl, die Schaufel geht eigentlich. Hago, hast du schon 5-Zentimeter-Scheibchen geschnitten, oder? Ja. Hast du den noch zu schwer? Eie, jeie. Hast du, die Martin sind jetzt zu schwer. Du, was machst du denn, bitte? Das Thema ist jetzt durch. Äh, ich geh aufs 12-Zent. Danke, Simon. Achso. Sag, Schweizer, jetzt mach das Feld hier erst fertig. Oh, nix. Das sind zwei Leute hier. Oh, nix. Mach du an, weil das Feld fertig ist. Werner, du bist sowieso noch am Freischen. Ich bin noch am Freischen. Kann noch 10 Minuten dauern. Okay, cool. Was ist Schweizer, du? Nikolas? Wer? Nikolas. Was? Was ist Nikolas? Wer ist Nikolas? Wer ist Nikolas? Ist Nikolas heute nicht dabei? Hä? Der war noch nie dabei. Der ist noch nie dabei gewesen. Alter. Boxe. Ich geh davon aus. Du meinst Florian. Äh, Florian. Ah, ja, mein ich ja. Florian, mein ich ja. Weißt du, so könnte man die Leute eben testen, ne? Ja, ja. So kommen die denn Boxe mit uns. Ja, ja. Einmal in der Woche. Was nicht wirklich stimmt. Geil. Was? Äh, ne, Florian, was machst du? Äh, Ansehen. Leo ist in dem, da. Ah, okay. Hat Boxen wieder ein Düngersteil auskackt oder was los? Äh? Das ist ein Sch**enbaum, ey. Ey, du machst Mutti's Wäsche kaputt, jung. Also, wir wäsche hier auf Wad. Äh! Oh, das kann nur Walter sein. Oh, ja. Habe ich schon am Synchroband gesehen, dass das Walter ist, ey. Als würdet ihr alle was arbeiten, macht euch lächerlich. Ja, dann riecht man auch aus, in der Meinung. Ah, Walter. Natürlich arbeiten wir, Walter. Geht das wenigstens voran oder sagst du Bambusleitung heute? Nee, keine Bambusleitung heute. Ha, sieht's aber so aus. Nein, das ist doch schon, ist doch alles schon gut. Funktioniert doch alles hier. Jetzt ja. Habt ihr Walter eingetragen oder ist er wieder ausgeflogen jetzt? Ja, natürlich, hab ich ihn wieder eingetragen. Sehr schön. Natürlich sagt er. Genau. Walter, bis im Spiel. Walter ist da im Spiel. Walter ist am Hof. Gib's sowas dran, bitte? Da. Hey. Sind's zu schwer. Walter? Ja. Kack, Digga, Julia. Ein Traktör. Jetzt im Hexler. Achso, Entschuldigung. Kannst du auch mal mit dem Hexler-Gruppern kommen? Dann, dann, dann suchst du dir einen Dünger-Streuer. Das ist mein Part mit dem Vergessen-Streuer. Das ist so ein gelb-rotes Ding. Mit zwei Rädern. Ne, vier Rädern. Da ist er gleich kurz über die Brülle-Fass. Ich hab ein gelb-rotes Ding mit zwei Rädern gefunden. Oh, das ist kein Dünger-Streuer. Hat so eine rote Plane. Das hat sie nicht. So. Ich geh mal gucken. Dominik hat doch eine gelbe Plane. Die gelbe Plane. Ja, das ist rot. Achso, ne, andersrum. Wow. Da würde ich auch nichts finden bei der Beschreibung, weißt du? Oh, ich hab's geguckt. Weil da kannst du alles beschreiben, wenn du es trotzdem nicht zeigen. Oder Bilder. Willst du was sagen? Aber das sag ich über das Nachtrag. Sag es. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Simon? Ja. Du könntest dann, ich glaube, es müsste schon ein bisschen Mischration fertig sein, ne? Ja, ich bin schon dabei. Okay. So. Ich hab mich nur gerade was, was hier für ein grauer Einfüllstutzen ist an der Halle. Das weiß ich nicht. So. Kann das denn eine Heutrockene vielleicht sein? Die, wo es so schnell fährst du? Äh, weiß ich nicht. Die müssen wir uns dann gemeinsam anschauen. Äh, 90,9. Was für eine Halle? Okay. Mach das Ding. Ne, für 15 Km geht man gleich. Das sieht aus wie eine Heutrockene. Sehen wir, haben wir sowas Modernes am Hof oder was? Aber hier ist doch gar kein Auslass. Das ist vielleicht ein Lager. Hier steht doch nichts dran, was das sein soll. Aber das ist nur Deko. Wohl. Deko mit klappbarem Deckel? Wohl kaum. Gute Deko. Und nun? Walter, siehst du das Feld, wo Werner drauf rumfährt? Unter unserem Hof, die 12. Ja. 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 Das Feld Düngst jetzt. Oh, ist das so. Keine Leute, anfahrt's mich. Was hat er da gesagt? Das ist ja. Also ein bisschen Mischration war gut gesagt. 107.000 Liter. Ja, wir waren da schon fleißig, ne? Ja, so kann man es auch nennen. Was? Keine incoming-in-you. Äh, Feld 7 ist fertig. Wo waren wir weiter? Äh, hast du eine Liste auf dem Paul? Äh, ja. Alles, was äh, rot ist, gehört uns. Hab ich gehört. Also markier alles rot. Kannst du mal schauen, was irgendwie zu machen ist. Sonst müssen wir den L.U. nochmal losschicken, irgendwo ernten. Ich glaub, irgendwo ist noch was zum Häckseln. 6, 7, 8. Gut, dass das L.U. den kleinsten Düngersteuer hat, den das Spiel hergibt, weißt du? Ja. Ja, aber wir brauchen den ja auch nicht so oft. Eigentlich. Ein da. Hallo, Walter. Kannst du damit umgehen? Aber sowas von. Auf der anderen Seite ist schon alles fertig. Ich fang mal auf der anderen Seite an, bitte. Wir haben noch ein Zuckerrübenfeld. Oh. Naja, Dominik, die Düngung, die bezahlt der Liga ja auch gleich für umsonst. Deine Sämaschine auch düngt. Ja, aber dann hast du zwei Düngersteuer. Paul? Ja, weil wir mit einer spielen, brauchst du keine zwei Düngersteuer. Entweder das L.U. machen lassen oder sich die Maschine vom L.U. ausleihen. Ne, wir machen extra Kosten für das. Wir haben sogar zwei Rügenkeile, achte Schande. Welche Nummer? 23, 26. Beide fertig. Wäre jetzt nicht so groß, oder? Nein, gar nicht. Gut, gehen wir für 26 an. Das ist eine gute Einstandsarbeit für dich, komm. Feld 30. Ist er nicht jetzt Walter Praktikant beim L.U.? Oh, ja. Was bin ich? Du kannst doch nachher mit dem Meldmacherkampf, der Feld 30 weiterfahren. Walter, Walter ist Geselle. Ich habe aber für... Ich glaube gar nicht, dass er ist im ersten Mal da. Ja, du musst der Feld 10 auch noch mit dem normalen Schneidwerk machen. Er hat ja schon vor Jahren vorgearbeitet, das, was du nicht hingekriegt hast. Walter kann alles, hat er doch gesagt. Alter, wir sagen wir drei zugegeben. Aber so muss man. Warum ist denn Walter jetzt nicht eigentlich Chef geworden? Weil Walter... Dominik kann ja nicht alles. Walter kann zwar alles, Walter ist so Büro-Kraft. Ich glaube, dass Walter ein guter Chef wäre. Deswegen ist Walter ja nie da, der sitzt in meinem Büro. Ja, genau. Hat keine Zeit. Der würde sich aufs Häckseln konzentrieren. Ja, ja, genau. Weil das andere wir verkaufen. Der ist haupt zuständig fürs Häckseln. Muss auch jemand machen, weißt du? Ja, ja. Oxe, meinst du, ob das von Vorteil wäre, wenn so ein Anhänger klappen hätte? Äh, meinst du? Meist du das okay? Ich hab das erstmal wieder angestrapsst. Was hast du so gemacht? Angestrapsst. Die Strapsen angezogen. Spangurde rumgemacht. Ach, Spang... Sag doch Spangurde. Alles doch. Hat er doch. Haul. Aua. Wahrscheinlich doch so nöder, dass er den Kopf schmeißt, ne? Aber wir sind sowieso fertig für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.